Ich bin der Marvin und ich bin Lehrling in der Betriebslogistik beim XXXLutz. Als Lehrling in der Lagerlogistik sind meine Aufgaben sehr vielfältig, angefangen von der Warenübernahme bis zur Logistik. Ich muss mit dem Computer arbeiten und habe Kundenkontakt. Bei dem Bestellvorgang sehe ich die Warnnummern auf meinem Scanner, suche die dann zusammen und bringe sie zur Warenausgabe. Was mir sehr an meinem Job gefällt, sind die netten Arbeitskollegen, das gute Arbeitsklima und mein umfangreiches Einsatzgebiet. Die besonderen Benefizen am Job sind das coole Umfeld, der sichere Arbeitsplatz und die Ausbildung. Ein guter Arbeitstag bei mir ist, wenn ich alle meine Kunden zufriedengestellt habe und meine Arbeiten sauber erledigt habe. Meine Zukunft beim XXXLutz stelle ich mir so vor, dass ich meine Ausbildung fertig mache, weitere zusätzliche Schulungen mache und meinen Karriereleiter dann hochsteige.